Hallo und herzlich willkommen zu dieser speziellen Analyse. Heute möchte ich euch ein Projekt vorstellen, das den ersten Token Sale auf der Cardano-Plattform durchführen wird. Ein sehr spannendes Projekt, ein Projekt mit einem konkreten Business-Anwendungsfall. Und ich glaube, wir können hier durchaus ein bisschen auch auf die Cardano-Welt blicken beziehungsweise auf die zukünftige Cardano-Welt, denn da wird uns in den kommenden Monaten durchaus noch viel erwarten. Und deshalb wollte ich euch dieses Projekt entsprechend zeigen. Aber ganz wichtig, Leute, das ist eine gesponserte Analyse. Das heisst, macht euch ein Bild von der ganzen Sache. Ihr wisst, normalerweise bin ich kein grosser Fan von Token Sales, ICOs, IOs etc. Aber wenn es sich lohnt durch das Produkt oder durch das Team, kann es durchaus lukrativ sein. Aber wie gesagt, wer da nicht mitmachen möchte, kann das auch zu einem späteren Zeitpunkt machen, wenn sich der Preis ein bisschen etabliert hat. Ich würde aber sagen, macht euch selber ein Bild von dem Token beziehungsweise dem Produkt. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spass mit der Analyse. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser speziellen Coin- oder eher Token-Analyse. Und zwar handelt es sich um Revuto. Es ist das erste Token-Sale-Projekt auf Cardano. Und so bin ich eigentlich auch auf die Gruppe gestossen. Ich habe Revuto vorhin nicht gekannt. Ich schaue mich immer so ein bisschen auch im Cardano-Ökosystem herum, weil jetzt Cardano natürlich in den kommenden Wochen beziehungsweise Monaten durchaus interessante Projekte lancieren wird, beziehungsweise die ganze Smart-Contract-Geschichte kommen wird. Und wir haben jetzt mit Revuto grundsätzlich das erste Token-Sale-Projekt auf Cardano. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich, kurz mal einen Blick auf das Produkt beziehungsweise das Team zu werfen. Natürlich wie immer mit der 6x6-Analyse. Ich habe es bereits offen hier. Das heisst, für die Leute, die das Ganze noch nicht kennen, ich werde hier sechs Punkte analysieren. Das heisst, Team, Berater, Investoren, Produkttechnologie, Roadmap, Partnerschaften, Einfachheit und Verfügbarkeit. Und werde dann noch sechs Fragen beantworten. Für die, die sich auskennen, die wissen bereits, wenn es so blau markiert ist, bedeutet das, dass das eine gesponserte Analyse ist. In diesem Fall ist es gesponsert durch Revuto. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, ich habe Revuto kontaktiert. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eine Analyse machen werde, weil eben der Token Sale am 18. Mai losgehen wird. Ich werde auch versuchen, noch ein Interview mit der Gründerin beziehungsweise der CEO zu organisieren. Das wäre dann für nächste Woche. Ich würde aber sagen, wir legen gleich los. Und zwar, wie gesagt, handelt es sich um Revuto. Und es ist eigentlich, also das Konzept ist relativ einfach erklärt. Es geht darum, dass wir in der heutigen Zeit ja mehrere Abos haben. Sei es ein Netflix-Abo, ein Spotify-Abo, vielleicht ein YouTube-Abo, Dropbox und so weiter und so fort. Und das Problem da kann durchaus mal sein, dass man sich irgendwo anmeldet und vergisst, eben sich abzumelden. Und dann das Ganze automatisch abgebucht wird. Das ist dann nervig und summiert sich natürlich mit der Zeit auch. Also mal 9,99 da, irgendwo 12 Euro da, etc. Und das kann durchaus nervig sein. Und ich habe das auch so ein bisschen in der Unternehmerszene mitbekommen, dass es jetzt hier mehrere Projekte gibt, die genau dieses Problem angehen möchten. Und Revuto ist interessanterweise genau eines dieser Produkte. Wir sehen es hier auf der Webseite. Wir haben hier eine Übersicht, beziehungsweise es wird alles via App geregelt, bei welchen man dann die entsprechenden Abos oder die Mitgliedschaften entsprechend auflisten kann. und da dann auch künden kann, beziehungsweise pausieren. Also man hat die Möglichkeit Approve, Block oder Snooze. Also man kann es annehmen, blockieren oder snoozen. Also zu einem späteren Zeitpunkt ausführen lassen. Also die Revuto App ist eigentlich so ein bisschen die Basis für das ganze Projekt. Und wenn wir hier so ein bisschen herumschauen, dann ist hier nicht viel. Also es macht hier nicht viel Sinn, hier gross noch bezüglich der App etwas zu suchen. Wir müssten eben weitergehen, nämlich auf diese krypto.revuto.com Seite, denn da ist definitiv ein bisschen mehr Information vorhanden. Wir fangen aber natürlich bei der 6x6-Analyse mit dem Team an. Das heisst, wir werden uns das Team jetzt kurz mal anschauen. Ich habe hier schon runtergescrollt und wir sehen hier, beziehungsweise ich habe die Tabs schon offen, wir sehen hier im Management durchaus sehr viele Leute und auch sehr fähige Leute, wie wir gleich herausfinden werden. Wir fangen an mit der CEO Josipa Majic. Und sie ist die Mitgründerin und CEO, also seit Juni 2020. Das Ganze ist in Estland, wobei man da dazu sagen muss, dass es sehr wahrscheinlich in Estland gegründet wurde, weil in Estland eben viele Kryptofirmen und Fintech-Firmen auch sind. Sie sitzt aber selber in Zagreb in Kroatien und ist, ich sage mal, dem Unternehmertum nicht fremd. Das heisst, sie hat bereits mehrere Firmen gegründet, beraten. Ein Projekt, das ich auch hier gefunden habe, findet auf YouTube auch gewisse Videos dazu, ist dieser Teddy the Guardian, also eine Art Teddybär, der gewisse Sachen überprüft bei den Kindern, also gewisse Bio-Indikatoren wie Puls und Temperatur etc. Dann war sie hier noch als Beraterin tätig, hat auch an der Faculty of Economics and Business in Zagreb auch unterrichtet. Zuletzt hier noch als Founder bei Techit oder Tetsit und macht hier unterschiedliche oder hat hier unterschiedliche Aufgaben gehabt, unter anderem hier eben auch Produktverkauf etc. Also sie kennt sich als Unternehmerin definitiv aus. Und jetzt seit Juni 2020 ist sie CEO bei Revuto und hat daher definitiv Unternehmererfahrung. Wir gehen weiter, kommen zu Marco Rukonits oder Rukonitsch und er ist auch kein Unbekannter in der technischen Szene. Er ist nämlich ein Softwareentwickler bei Ubico und Ubico kennen vielleicht einige von euch durch diesen YubiKey. Das heisst, das ermöglicht euch so quasi Zwei-Faktor- oder Mehrfaktor-Authentifizierung bei Banksoftware oder anderen, zum Beispiel auch bei Kryptowallets etc. hat man die Möglichkeit, etwas wie YubiKey oder Ubico eben einzusetzen. Also es ist eine Art universeller Zwei-Faktor-Authentifizierungsstandard, den sie aufgebaut haben und da entwickelt er das Ganze mit. Er ist aber auch CTO bei Revuto und hat vorhin auch noch bei Intuit gearbeitet, fast 20 Jahre. Also er kennt sich aus mit Software. Er war hier auch bei QuickBooks tätig. QuickBooks ist so viel ich weiss, eine Buchhaltungssoftware. Und ja, 20 Jahre in der Buchhaltungssoftware mit unterschiedlichen Buchhaltungsstandards, das wird definitiv keine einfache Aufgabe gewesen sein. Ansonsten gehen wir hier weiter. Dorian Ijelindzic, bei ihm sehen wir einfach Backend-Entwickler, aber wenn wir auf die Team-Seite gehen, dann sehen wir hier, dass er der CTIO und Blockchain ist. Und was das genau bedeutet, ist unklar. Wir wissen jetzt einfach nur, dass er Backend-Entwickler hier ist. Er ist nämlich auch Besitzer von einer Firma hier. Ich habe da nicht genau herausgefunden, was das für eine Firma ist. War aber hier auch bei einer Kryptobörse entsprechend tätig. Und ansonsten hat er an der Faculty of Kineasology an der Universität in Zagreb als Head of IT gearbeitet. Also eher so ein bisschen im Projektmanagement etc. beziehungsweise als Systemadministrator hier. Und ansonsten Universität in Zagreb im Automata-Bereich ein bisschen. Also verstehe ich nicht ganz, wieso er hier als CTIO und Blockchain-Entwickler gelistet ist, aber das, sage ich mal, ist jetzt einfach so auf der Liste und ich zähle ihn jetzt auch mal zum Management, sagen wir es so. Dann haben wir Vedran Rukman und bei ihm sehen wir, dass er der CEO von ViuCam ist und ist natürlich auch, also hier ViuCam, ich kannte es nicht, aber es ist so ein bisschen etwas wie Google Glasses, das kennen vielleicht einige von euch, also so ein bisschen eine Brille mit Kamera und hat hier also auch schon seit sechs Jahren entsprechende Unternehmererfahrung als CEO. War auch als Investor tätig in einem Monero-Miningpool. Hier auch ist Investor tätig bei Cinebond. Also er kennt sich im Unternehmertum definitiv aus und hat auch entsprechende Firmen gegründet beziehungsweise da auch ausgeholfen. Also definitiv hier auch ein, ich sage mal, erfahrener Unternehmer in dem Management und wir gehen gleich weiter, kommen zu Igor Kurgic. Er ist CISO und Investor, also der Sicherheitsofficer sowie auch ein Investor hier seit Juni 2019 und ansonsten ist er als Consultant, also als Berater in unterschiedlichen Firmen tätig. Er ist auch IBM lizenziert, so wie wir das sehen und dann gehen wir noch weiter, nämlich zu Peter Vidakovic und bei ihm sehen wir, er ist eigentlich als CFO gelistet, hat aber auf LinkedIn hier nur den Investortitel mit drin. Also da ist auch, das kann natürlich sein, weil er jetzt aktiv auch bei VMware arbeitet, dass er das nicht auflisten darf oder dass das vielleicht ein Interessenskonflikt ist, das kann durchaus sein. War vorher bei der Raiffeisenbank als Projektmanager und auch er an der Universität in Zagreb und wenn wir so ein bisschen schauen, rein von den Abschlüssen her, also fast alle sind irgendwie an der Universität in Zagreb, waren die, da ist definitiv so ein bisschen ein Trend festzustellen, dass die meisten eben an der Universität in Zagreb effektiv studiert haben, kann auch durchaus, ich kenne die Universität zu wenig, aber es kann natürlich auch sein, dass einfach eine der besten Unis in Zagreb oder in Kroatien ist. Das bringt uns so ein bisschen zum Ende des Management-Teiles, den wir hier haben. Von mir gesehen, würde ich ratingmässig einen relativ guten Start hier geben, eine 7,75. Es ist ein etabliertes Team, ein erfahrenes Team, das gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Was mir ein bisschen fehlt, ist so der Fokus. Also wir haben jetzt für jede Management-Position haben wir eine Person, aber wo ist da der Fokus? Also wo, auf was fokussiert man sich? Ich kenne normalerweise die Managements eigentlich immer mit zwei, drei Leuten, also einem CEO, einem CTO oder vielleicht noch einem CFO oder COO, aber jetzt noch einen hier CTIO, den CFO, den CISO etc. ist halt immer so ein bisschen die Frage, ob es das braucht beziehungsweise ob man das für die Investoren macht etc. Aber ich würde sagen, ein ganz solider Start hier mit einer 7,75 und dann kommen wir zu den Beratern und Investoren. Die habe ich nämlich hier aufgelistet. Wir gehen gleich zu Vukasin Vukoye und bei ihm sehen wir, dass er Produktmanager bei IOHK ist und das wird den Cardano-Fans unter euch sofort etwas sagen. IOHK, Input, Output, ist ja die Firma hinter oder die Stiftung hinter Cardano, die effektiv auch Cardano-Produkte entwickelt. Also die Smart Contracts, die Bridge quasi zwischen Ethereum und Cardano, sowie auch andere, das Wallet etc. Also da haben wir definitiv mit Vukasin jemanden aus dem Produktbereich. Dann haben wir hier Luca Clangier, er ist Berater auch hier bei Revuto und COO bei Async Labs. Die, glaubte ich, sind auch unter den Partnern drauf. Dann haben wir hier Croatian Bitcoin Portal, also er ist der Mitgründer vom kroatischen Bitcoin Portal. Auch die sind unter den Partnern gelistet. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Tomislav Rehl, er ist hier Senior Engineering Manager seit vier Jahren bei Adobe und seit Januar 2020 Investor bei Revuto. Also auch hier erfahrene Leute im Beraterteam. Dann haben wir hier Christian Gliebo, er ist der Gründer und CEO von Beyondi. Auch die werden wir gleich in den Partnerschaften sehen. Und hier noch Orkane.io Blockchain Orchestration Platform as a Service. Das heisst, wir haben hier definitiv so ein bisschen Erfahrung im Kryptobereich, Erfahrung im Business-Bereich und Erfahrung im Tech-Bereich. Und ich glaube, ich habe hier nochmal drei Berater, nämlich hier Marin Kramaritz. Er hat hier nichts aufgelistet, ist aber hier als Berater mit drauf. Dann gehen wir hier noch einen Schritt weiter. Das ist Nikola Glumatz oder Glumatsch. Und bei ihm sehen wir auch Input-Output. Also er ist auch ein Softwareentwickler seit März 2017, also seit vier Jahren und drei Monaten. Sein Fokus, das Daedalus Wallet bei IOHK. Also auch ein erfahrener Entwickler, der hier mithilft. Dann haben wir einen Partner bei McKinsey seit zwölf Jahren. Das ist im Laden Fruk. Ansonsten haben wir hier nicht viele Informationen, außer, dass er eben auch bei der Zagreb-Universität war. Wir können hier noch schauen. Ansonsten haben wir hier keine an der Zagreb-Uni. Aber ich würde mal sagen, also das Berater-Team ist sehr stark, gefällt mir sehr, sehr gut. Hauptsächlich wegen der Nähe zu IOHK. Ich glaube jetzt, und das ist wie gesagt so ein bisschen der Grund, wieso ich dieses Projekt euch vorstellen wollte, der Fakt, dass Cardano jetzt anfangen wird, gewisse Token-Sales zu machen beziehungsweise Projekte auf Cardano lanciert werden, kann natürlich eine gewisse Dynamik zum einen für Cardano gewinnen und auf der anderen Seite natürlich auch für die Projekte, die auf Cardano aufbauen werden. Und deshalb glaube ich, braucht man da gute Beraterinvestoren und eine gewisse Nähe zu IOHK. Und das scheinen sie definitiv solide drauf zu haben. Wir kommen zum Produkt und zur Technologie. Da finden wir, wie gesagt, wir haben hier so ein bisschen eine Übersicht, was ist genau, aus was das Produkt effektiv besteht. Wir haben also eine App oder es wird eine App geben, die als dezentralisierte App die Möglichkeit euch gibt, eure Abos und Mitgliedschaften direkt in der App entsprechend zu steuern. Der Clou und da finde ich, ist es eigentlich noch ein sehr geschicktes Modell, ist, dass man dieses Revuto-Token effektiv brauchen kann, um die Subscriptions, also die Abos zu bezahlen. Das heisst, wenn wir dann noch in die DeFi-Welt denken, das heisst, stellt euch vor, ihr kauft diesen Revuto-Token, ihr staked den oder platziert den im DeFi-Protokoll, könnt dann Cash beziehen und mit diesem Cash könnt ihr dann euer Abo abbezahlen. Während dieser Zeit verdient der Revuto-Token quasi Geld oder Zinsen und dann ist euer Abo umgekehrt dann auch entsprechend günstiger. Und das finde ich noch ein sehr, sehr elegantes Modell bei dieser Revuto-Di-App. Das heisst, man hat die Möglichkeit, native Cardano-Tokens in die App zu platzieren. Man wird dann Cardano, also ADA, Revuto-Tokens und auch einen Euro-Stable-Coin darauf lancieren können. Das heisst, man hat dann drei Tokens, die man brauchen kann. Man wird später auch die Möglichkeit haben, die Tokens den Freunden zu senden, etc. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass hier so ein bisschen alles querbeet erklärt wird, aber das Ganze wird hier relativ gut erklärt und dann im White Paper. Das heisst, wir haben hier Revuto oder das Revuto-Token ist eigentlich in der Mitte. Das EUR-Token, das ist eben das Stable-Coin, das auf Euro basiert, daher auch die Nähe zu Kroatien und Estland, etc. Das heisst, man wird hier irgendwie der On-Ramp, der Fiat-On-Ramp wird dann schlussendlich auch irgendwie mit Euro sein. Und man hat dann eben, wie gesagt, die Möglichkeit, durch Revuto oder durch Cardano das Ganze zu staken, generiert einen Zins oder einen Umsatz und mit dem kann man dann effektiv einen Kredit wie rausnehmen, der ist dann in Form von Euro zum Beispiel, das ist dann nicht klassisch ein Kredit, weil man bezahlt es ja mit den existierenden Tokens und bezahlt dann entsprechend sein Abo ab. Ich habe das White Paper sehr gut gefunden, das heisst, ich habe das White Paper hier offen, wir können es auch gerne zusammen durchgehen. Es wird hier erstmal erklärt, wie viel oder wie gross die Zahlungsindustrie ist, diese sogenannte Direct Debit-Industrie. Dann gehen wir hier weiter, wer ist da in der Zielgruppe und das sind halt die Leute, die Stand heute halt mehrere Abos haben, sei es Spotify, Netflix etc. Und die Leute, die halt auch tendenziell, wenn sie mal via App oder via Online-Anmeldung sich irgendwo angemeldet haben, dass sie die Tendenz haben, eben auch diese Anmeldung zu vergessen, dann läuft das Abo einfach weiter, vielleicht nutzt man das Projekt gar nicht und dann hat man eben schlussendlich mehrere hundert Euro bezahlt, ohne dass man das Produkt genutzt hat. Was ich hier auch sehr spannend finde und das ist eigentlich eines der ersten Sachen, die wir hier sehen, nämlich das Business-Modell, das Revenue-Model und hier wird es drei Quellen geben. Das eine ist, Gratis-Nutzer, die Revuto, also die App, also die Applikation brauchen werden, werden vier Prozent auf jegliche Transaktionen bezahlen, das heisst, sei es zum Staken, sei es zum Bezahlen etc. Dann wird es eine Monthly Subscription, also ein monatliches Abo geben, das Revuto Pro, das wird zwölf Euro pro Monat kosten, das heisst, in diesem Fall würde man dann keine Transaktionsgebühren bezahlen und im Gegenzug sogar vier Prozent in Form von Cashback erhalten. Dann wird es noch zusätzlich den DeFi Service geben, das heisst, es wird eine Gebühr geben, wenn man das Ganze staked und auch entsprechend ausleihen kann. Das heisst, ich habe dann auch die Möglichkeit, diese Revuto Tokens in der App jemand anderem auszuleihen, also quasi wie Liquidität in den Pool zu geben und dann kann jemand anders zum Beispiel auch diese Revuto Token von mir wie beziehen und dafür wird eine kleine Gebühr verlangt. Dann gehen wir hier weiter, sehen so ein bisschen eben das Spezielle ist, der ganze Revuto Stack, also die ganze Applikation, die Mechanik dahinter, das basiert alles auf Cardano und ich war immer so ein bisschen, also was mir bei Cardano immer gefehlt hat, ist so die praktische Nutzung oder wo sind da effektiv die Anwendungsfälle, welche Applikationen brauchen Cardano, wo ist das Cardano Ökosystem und das ist jetzt wirklich die erste App, die einen Anwendungsfall hat, die ganz konkret auf Cardano basiert und die relativ neu und durchdacht ist, meiner Meinung nach. Dann gehen wir hier weiter, wieso Cardano, das eine ist sicher, dass die Gasgebühren auf Ethereum einfach auch zu hoch sind, also wir brauchen, wenn wir so ein Alltagsprodukt bauen möchten, dann muss es irgendetwas sein, was auch von den Gebühren her Sinn macht. Das heisst, wenn wir ein Spotify oder ein Netflix Abo bezahlen für 12 Euro oder für 12 Franken, dann kann man nicht noch 30 Franken Gasgebühren zahlen oder 50 Franken. Das heisst, Ethereum fällt dann automatisch grundsätzlich weg und dann setzt man halt eben auf Cardano. Dann gehen wir hier ein bisschen weiter, was ich eben noch spannend finde, ist eben dieses Revu Token, nämlich die Token Verteilung. Es wird, wie gesagt, einen Token Sale geben, der wird am 18. Mai losgehen. Man kann sich übrigens hier anmelden, das heisst, man kann hier einfach auf Whitelist gehen und dann kriegt man hier die weiteren Informationen via E-Mail. Das Ganze wird am 18. Mai losgehen, werden aber kurz noch die Verteilung anschauen. Was ich immer als erstes anschaue, ist Team und Berater, die kriegen 15%. Sage ich mal, an der oberen Grenze ist okay, aber an der oberen Grenze. Dann haben wir eine Private Round, zu dem komme ich gleich, das sind 6%. Early Bird, da seid ihr rein theoretisch ja auch mit drin, wenn ihr da mitmacht. Und dann haben wir noch den Community Sale und das Projekt. Das heisst, das Projekt wird nach wie vor 53% behalten, um auch von Zeit zu Zeit diese Revu-Tokens in einem Buyback-Prinzip wieder zurückzukaufen. Das heisst, man nimmt Revu-Tokens aus dem Markt heraus und steigert so, ich sag mal, den Wert des Revu-Tokens. Weiter haben wir hier die Token-Liquidität. Es wird von Anfang an beziehungsweise das Listing von dem Revu-Token auf den zentralisierten Börsen wird, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Q3, Q4 kommen. Das bedeutet, Revu-Token wird man am Anfang nicht an den Börsen kaufen können, sondern nur via Token-Sale. Und deshalb macht es durchaus Sinn, dass man sich mal anmelden, ein bisschen die Details anschaut, vielleicht möchte man da entsprechend mitmachen. Später wird es das Ganze auch auf dezentralisierten Börsen wie Uniswap geben, indem man eben eine ERC20-Token daraus macht. Also es wird dann ein Wrapped-Revu-Token geben, den man dann effektiv traden kann. Verteilungsmässig, wie gesagt, haben wir hier eine totale Tokenzahl von 280 Millionen und 125.000 Revu-Tokens, die eben entsprechend verteilt werden. Dann haben wir hier die private Runde, die läuft Stand heute schon. Das heisst, am 14. Mai ist die durch. Man muss dazu aber sagen, in der privaten Runde muss man mindestens 300.000 Euro beisteuern können. Das ist wahrscheinlich nicht für jedermann, das muss natürlich jeder selber wissen. Dazu kommt auch, dass man eigentlich zum gleichen Preis im Early Backers reinkommt. Man hat da einfach eine Limite von etwa 1.000. Und das finde ich eben auch interessant, zwischen dem Early Backers Tier 1 und Tier 2 ist der Unterschied halt auch minimal. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass der Unterschied ein bisschen höher ist, dass auch die Attraktivität eigentlich gegeben ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier die Attraktivität einfach auch nicht gegeben ist, dass man hier auch erst bei 0,09 entsprechend einsteigen würde und dann kann man auch bis zu 100.000 Euro investieren, falls man das möchte. Ihr wisst grundsätzlich, ich bin kein großer Fan von ICOs, IEOs und wie es alles heisst, aber ich glaube, es kann, wenn man an das Produkt und an das Team glaubt, kann es durchaus auch lukrativ sein. Man muss sich einfach bewusst sein, dass viele Token Sales eigentlich am Anfang sehr stark pumpen und danach sich so ein bisschen einpendeln bei einem geringen Preis. Der Preis wird meistens sehr viel höher sein als der IEO oder ICO Preis, bedeutet aber nicht, dass der Preis unbedingt sofort in die Höhe stellen wird beziehungsweise meistens schält er eben in die Höhe und sinkt dann auch entsprechend schnell wieder. Ihr könnt aber auch abwarten und die Revu-App erstmal testen oder die Revuto-App und dann effektiv das Revu-Token später auch dazu kaufen. Interessant finde ich hier die Lockup-Periode. Das finde ich eigentlich noch relativ gut. Das heisst, man hat hier eine Lockup-Periode von 21 Monaten für das Team und die privaten Berater und dann hat man bei den Community Sales nur drei Monate. Das heisst, die Lockup-Zeit hier ist viel geringer, hier entsprechend höher bei den Early Backers. Aber auch hier, also das sind etwa neun Monate, also ein knappes Jahr muss man da entsprechend halten und das ist natürlich auch interessant. Auch hier ist der Tier 2 wird bevorzugt. Also man kommt in neun Monaten rein theoretisch raus aus dem Token, hingegen die im Tier 1, die kommen erst nach 15 Monaten raus. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Ich hätte mir jetzt genau das Umgekehrte gedacht. Also man kommt quasi teurer rein, kommt aber früher wieder raus das hätte ich mir irgendwie umgekehrt vorgestellt. Dann haben wir hier die Release-Periode, wir haben die Lock-Periode genau und dann noch die Governance. Das ist noch ein wichtiges Thema, denn wenn wir von dezentralisierten Applikationen sprechen, dann geht es halt immer darum, dass die Governance ein grosses Thema ist beziehungsweise wer kann dann bestimmen, in welche Richtung die Entwicklung geht, die Zahlen gehen, die Prozentsätze etc. Jetzt sagen sie, sobald die App gelauncht ist, der Token-Sale vorüber ist und alles sich eigentlich so ein bisschen stabilisiert hat, wird man als Revue-Token-Halter auch die Möglichkeit haben, gewisse Improvement-Proposals zu launchen und dann auch entsprechend die Nutzer in der App effektiv dafür voten können. Das heisst, es braucht dann aber hier ein 2% der totalen Revue-Token-Supply um ein Governance-Proposal zu bringen und dann effektiv 5% der totalen Revue-Supply um dann effektiv ein Proposal anzunehmen und auch ein sogenanntes Quorum zu erreichen. Also das ist schon tough, nicht unmöglich, aber ist schon tough, aber ich würde mal sagen, wenn man sich da als Gruppe zusammensetzt, kann das durchaus funktionieren. DeFi-Features, das ist auch noch interessant, auch das wird noch ein bisschen mehr im Detail vorgestellt, aber wie gesagt, es geht grundsätzlich darum, man hat hier die Möglichkeit Revue einzuzahlen, man kann Revue staken und kriegt dann EUR, also EURR, also ein Euro-Stablecoin dann entsprechend raus. Mit diesem Stablecoin bezahlt man die Abos wie Netflix, Spotify etc. Das heisst, das wird dann durch die Fiat-Währung oder durch Euro quasi durch das Revuto-Wallet gedeckt. Das hat natürlich den Vorteil, man sagt in der Krypto-Branche auch oft, spend Fiat und stack Sets oder stack Krypto, das heisst, spare deine Kryptos oder lagere deine Kryptos, aber bezahle mit Fiat-Währung, weil die Fiat-Währung tendenziell ja über lange Zeit eher abnimmt an Kaufkraft und die Kryptos stand heute eher zunehmend an Kaufkraft. Da macht es keinen Sinn, seine Kryptos effektiv zu nutzen. Das finde ich noch elegant gelöst, das heisst, man zahlt hier Revu-Tokens wie ein, kann die staken, kriegt einen Betrag darauf, sowie halt auch einen Zins darauf und daraus kann man dann einen Euro-Betrag wie rausnehmen. Der Revu-Betrag, der verdient aber weiterhin die Zinsen, das heisst, über die lange Frist gerechnet, muss man viel weniger für das Abo bezahlen. Das finde ich noch eine, ich sag mal, elegante Lösung, wie sie das gemacht haben. Cashback und Referrals wird es auch geben, das heisst, wenn ihr Freunde etc. auf die Plattform holt, wird es da entsprechende Möglichkeiten geben, da Geld zu verdienen, also ähnlich wie eigentlich andere Programme, Vermittlerprogramme etc. Dann, wie gesagt, wird es Buybacks geben, das heisst, die 40% der totalen, was steht hier, Revuto will periodically administer open market buybacks Das heisst, 40% des totalen Umsatzes, der durch das Protokoll generiert wird, wird dann entsprechend in Revuto buybacks investiert, also sehr, sehr ähnlich, wie Binance das Ganze macht und so natürlich auch umgekehrt die Nachfrage beziehungsweise das Angebot von Revu reduziert und somit natürlich, wenn die Nachfrage danach gleich bleibt, der Preis von Revu Tokens automatisch steigen wird. Das heisst, auch da eher langfristig gedacht, wenn die Applikation, das Produkt effektiv genutzt wird, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das langfristig funktionieren wird. Roadmap haben wir hier, Tokensale, das ist dieser Monat, dann haben wir EU Payment Processor Integration, das kommt in den kommenden Monaten, dann die Revuto App, die kommt dann im Juli, dann haben wir die Crypto to Fiat Exchange License, das heisst, man möchte dann auch die Möglichkeit haben, Fiat einzuzahlen und Krypto zu bekommen, die Token Supply wird im August freigegeben und dann ADA in Revu wird dann im September ausgegeben. Also die haben definitiv noch etwas vor, wie gesagt, hier Dex und Sex Listing kommt noch im September, Stablecoin kommt auch im September, ERC20 Converter kommt auch im September, die haben definitiv im September oder bis zum September noch einen grossen Plan vor sich. Ich würde jetzt aber mal, sagen wir mal, gehen wir noch kurz ins Produkt und Technologien bewerten das, gefällt mir sehr gut. Ich sehe ein Business Case, ich sehe ein Produkt, das ein Problem löst. Ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass sie sehr schnell viele User auf die Plattform kriegen werden, das wird schwierig sein. Grundsätzlich hat man natürlich mit Applikationen oder mit Neobanken auch diese Möglichkeit, also es ist jetzt das einzige Revolutionäre daran, ist natürlich, dass ich mit Kryptos meine Kryptos staken kann, meine Kryptos verdienen Zinsen oder Umsatz und ich kriege dann ein Stablecoin daraus, den ich effektiv brauchen kann. Das ist so ein bisschen der Haupt Differenzierungsvorteil sage ich mal und deshalb für mich eine Acht hier. Kommen zu Roadmap, die finde ich einigermassen gut, ich sage halt, es ist eine gefüllte Roadmap, ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob sie alles schaffen, alles rauszubringen, vieles davon könnte sich auch ändern, muss man auch dazu sagen, auch sie sagen von es kann halt auch damit zusammenhängen, wenn die sogenannte Plutus Smart Contracts, also die Smart Contract Möglichkeit auf Cardano irgendwie verschoben wird, was wir auch in der Vergangenheit erlebt haben, dass sich diese Roadmap auch entsprechend verschieben könnte. Das heisst alles in allem eine solide Roadmap, ich sehe wohin die Reise geht die nächsten zwei Jahre, ich sehe auch die Vision grundsätzlich, Roadmap gefällt mir gut, ich würde hier eine Acht vergeben. Dann kommen wir zu den Partnerschaften, auch da, wenn ich auf dieser Webseite bin, sehe ich gar nichts, aber wenn ich auf der Crypto.Revuto Seite bin, habe ich hier einige Partnerschaften. Jetzt haben wir auf der einen Seite haben wir diese Node Factory, 404, nein Node Factory, das war das Erste, ist eine Blockchain-Forschungs- und Entwicklungsfirma, das heisst, sie entwickeln hauptsächlich Produkte im Blockchain-Bereich, Haktar, Allianz, Block und Chain Guardian, dann gehen wir weiter, 404 ist eine Art Agentur, also auch Entwicklungsagentur, das werden wir übrigens noch viel sehen, also zwei, drei von diesen Firmen, ich glaube 404 ist es, Async Labs, Beyondy, Manigo, das sind alles Entwicklungsagenturen und Designagenturen, also das kommt auch nicht von ungefähr, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie die Entwicklung hier entsprechend outsourcen, gehen hier weiter, IOHK, selbsterklärend, die Firma, die Stiftung hinter Cardano, dann Cardano Kroatien, also Cardano, die Gruppe quasi, die Cardano Gruppe in Kroatien steht auch als Partner da, dann haben wir Async Labs, die hatten wir ja vorhin bei einem Berater gesehen, ich glaube das war hier, genau, das ist Luca Klangier, er ist der CEO bei Async Labs, das sind die hier, die machen auch Softwareentwicklung, Marketing, Design, Blockchain-Entwicklung, also da ist definitiv, da ist bei den Agenturen viel los, die investieren auch entsprechend in Programmierer etc., ich kenne auch ein, zwei Leute in Kroatien, die eine Agentur haben und in diesem Bereich entwickeln, und die sagen mir, die Nachfrage nach Produkten beziehungsweise nach Dienstleistungen in diesem Bereich ist extrem hoch und die sind weiter am Ausbauen, das macht also durchaus Sinn. Dann kommen wir zu Beyond the Developing Solutions, also auch hier wieder so ein bisschen Agentur, machen Web-Entwicklung, Mobile-Entwicklung, Blockchain-Entwicklung, auch hier, dann gehen wir weiter, Manigo, Banking Payment as Service, das ist noch interessant, die machen jetzt ein bisschen etwas anderes, ich kann mir vorstellen, dass das so der Banken-Layer ist oder die Bankenschicht, sind aber auch nicht in Kroatien und dann haben wir noch das kroatische Bitcoin-Portal, das ist der Cro-Bitcoin, auch die sind als Partners Partner dabei. Ich sage mal, Partnerschaftenmässig gefallen mir vor allem die Cardano-Partnerschaften, eine Agentur-Partnerschaft und der Rest ist so und so, aber ich würde sagen, in Sachen Partnerschaften sind sie einigermassen gut aufgestellt, ich würde hier eine 7,5 geben. Einfachheit und Verfügbarkeit, wir haben hier grundsätzlich die Token-Sale-Information war ja hier bezüglich wann es losgeht, das ist ja im Mai, am 18. Mai haben wir gesagt, ansonsten können wir hier nicht viel dazu sagen, ich würde jetzt hier das mal leer lassen, ehrlich gesagt, vielleicht gelb markieren, sodass man es nach dem Token-Sale anschauen kann und dann re-evaluieren kann. Es bringt uns auf ein Gesamtrating von einer 7,9, ich denke, es ist ein solides Rating, ein solides Produkt mit einem soliden Team, das hier entsprechend arbeitet. Welches Problem wird gelöst? Automatische Abo-Verlängerung managen beziehungsweise mit Kryptos oder mit Hilfe von Kryptos die Abos bezahlen. Jetzt gehe ich hier, muss ich das Ganze noch ganz kurz formatieren, wie immer. Und dann haben wir, wie gross ist der Markt? Da habe ich auch eine Seite gefunden, das ist der Subscription und Billing Management Markt. Das ist jetzt so, wenn man nur nach Subscription Markets sucht, dann kriegt man natürlich einen viel, viel grösseren Markt. Das macht aber grundsätzlich keinen Sinn, denn ich finde, Revuto ist genau in diesem Markt, in dem sogenannten Subscription und Billing Management Market und da sehen wir 4 Milliarden in 2020 bis zu 7,8 Milliarden in 2025. Also eine ganz okaye Marktgrösse. Wir können hier also spontan 4 bis 8 Milliarden US-Dollar. Das ist eine sehr gute Größe und wie gesagt, weil jetzt die meisten Plattformen, Seiten, Produkte auf Abos umstellen diese Tage ist, wird dieses Produkt immer mehr nachgefragt. Das kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Wer oder was ist die Konkurrenz grundsätzlich alle NIO-Banken? Denn die können das, könnten gleiche Produkte integrieren. einfach ohne Kryptos. Ich glaube, der Hauptvorteil davon ist definitiv, dass eben das Revuto den eigenen Token hat, dass sie die Nähe zu Cardano haben und so eigentlich auch Cardano irgendwie in das Ökosystem reinbringen können. Das für einen Vorteil hat der Halter, kann Revu staken und seine Abos günstiger bezahlen, kann Kredite vergeben und Prozente verdienen. Ist das Projekt einfach kopierbar? Ich sage mal nein, wegen der Nähe zu IOAK beziehungsweise Cardano. Ich glaube, das ist schon entscheidend. Diese Nähe zu Cardano, das wird schon einen Unterschied machen, beziehungsweise ein Unterschied auch bei der Promotion. Das heisst, ich garantiere euch, dass dieser Token Sale sehr, sehr erfolgreich sein wird, weil es eben der erste Token Sale auf Cardano ist. Und auch deshalb wird Cardano das Ganze garantiert pushen und ich glaube, auch deshalb könnte es durchaus spannend werden. Mögliche Probleme oder Schwachstellen voller Roadmap, also es gibt viel zu tun. Cardano Roadmap Verschiebungen ist ein Risiko, das ich sehe. Ansonsten, was hatten wir hier noch? Was natürlich auch noch interessant ist, Nutzerakquisition. Wie gelingt es? Ich glaube, das ist noch eine grosse Frage, also wie kommen sie effektiv an die Nutzer? Das ist für mich auch aus dem Whitepaper nicht klar geworden. Da habe ich auch auf der Webseite nicht viel gefunden. Ich meine, fairerweise sagen, es ist ein fähiges Team dahinter, es ist wirklich ein solides Team dahinter, ist jetzt aber natürlich die Frage, wird dieses Team es schaffen, da die Nutzerzahlen auf die Plattform zu bekommen? Das bedeutet, ratingmässig wie gesagt, wir kommen auf eine 7,9, die Fragen haben wir beantwortet, sehen hier nochmal die Roadmap, also der Token Sale, der wird bald live gehen, am 18. Mai, ihr könnt euch hier anmelden, ehrlich gesagt, falls ihr euch nicht wohlfühlt dabei, kein Problem, ihr könnt natürlich auch später den Token kaufen, auch wenn ihr das Produkt gut findet und jetzt nicht bei diesem Token Sale mitmachen möchtet, ist das kein Problem, man hat später immer noch die Möglichkeit, natürlich könnte es aber sein, dass der Token ein bisschen teurer ist, muss aber auch dazu sagen, wenn die App funktioniert, spielt es da nicht wirklich eine Rolle, denn der Token wird dann in den kommenden 12 Monaten, 18 Monaten so oder so an Wert gewinnen, das heisst vom Token Sale würde ich es nicht abhängig machen. Wer aber beim Token Sale mitmachen möchte, kann das hier machen, indem man sich anmeldet mit der E-Mail-Adresse etc. Ich glaube, gewisse Länder wie die USA sind ausgeschlossen, aber ansonsten kann man da mitmachen. Aber es ist cool, es ist ein Projekt aus Europa, man versucht halt auch die europäischen Lizenzen da entsprechend zu bekommen, man versucht da auch die Nähe zu Cardano zu halten, ein Euro Stable Coin, die Integration mit Cardano etc. Von daher glaube ich, dass das durchaus ein spannendes Projekt sein könnte und ja, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob ihr da mitmachen möchtet, ob ihr gespannt seid auf weitere Cardano Projekte, auf weitere Cardano Token Sales, das wird definitiv eine spannende Geschichte. Wie immer, Kanal abonnieren, Podcast abonnieren, sehr, sehr gerne. Auch am Montag kommt übrigens auch nochmal eine spannende Analyse, das ist wirklich aussergewöhnlich, aber ich glaube, da es zeitkritisch ist, macht es durchaus Sinn. Ich werde bei Rebooter noch versuchen, ein Interview aufzugleisen und dann hoffentlich das auch nächste oder übernächste Woche veröffentlichen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, macht's gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.